Wäre lieber mit einem Sieg gestartet, aber wie gesagt, lieber heute verlieren und nächste Woche gewinnen. Wir wissen, was wir besser machen müssen, haben das klar angesprochen und jetzt haben wir noch eine Woche Zeit, uns gut darauf vorzubereiten und Vollgas zu geben am Samstag. Klar bin ich jetzt nicht zufrieden, dass wir verloren haben, aber es kann nur besser werden. Nächste Woche wollen wir weiter an uns arbeiten. Für mich war es schön, ein schönes Erlebnis, aber jetzt geht es auch weiter. Der Fokus wird ab morgen Richtung Ingolstadt gerichtet und dann arbeiten wir weiter. Ich kenne die Abläufe noch nicht ganz so, ich kenne die Mitspieler nicht so gut, wie der Stil ist von jedem Einzelnen und von dem her war das gut und ein guter Test für mich. Ich habe gestern das erste Mal mit der Mannschaft am Platz trainieren können und von dem her tut mir das Spiel sicher, sicher gut. Das erste Mal vor heimischem Publikum ist natürlich für mich auch etwas Besonderes und ich freue mich darauf. Ich freue mich auf die Arena, freue mich auf die Fans, freue mich auf das erste Bundesligaspiel und ich hoffe mit einem anderen Ergebnis und jetzt haben wir eine Woche uns darauf vorzubereiten.